Alplan Intelligente Baudaten IBD ermöglichen Ihnen eine präzise Mengen- und Kostenberechnung auch bei den Ausbau-Gewerken. Im Ausbauassistenten definieren Sie die gewünschte Ausstattung einzelner Räume oder auch von mehreren Räumen auf einmal. Ein Mausklick erfasst dabei die Boden- und Seitenflächen und die Sockelleisten. Mit der Wahl des Deckenbelages schließen Sie Ihre Vordefinition ab. Dabei können Sie materialspezifische Parameter in den Attributen jederzeit ändern, wie zum Beispiel die Ergänzung einer Fußbodenheizung oder eine Diagonalverlegung der Fliesen. Zusätzlich bewirkt der Schalter Feuchtraum, dass in Bädern die erforderlichen Standards eingehalten werden. Wie etwa der Wechsel von Gipsputz auf Kalkzementputz und die Abdichtung gegen Feuchtigkeit. Auch Teilflächen und zusätzliche Seitenbeläge wie Fliesenspiegel in Küchen oder mit zwei Meter Höhe im Duschbereich können Sie ermitteln und jederzeit die Vorschlagswerte an Ihre Planung individuell anpassen. In der Animation können Sie Ihren Stand der Planung jederzeit visuell kontrollieren. Alplan Intelligente Baudaten IBD ermöglichen Ihnen eine ansprechende Darstellung der Ausbaugewerke und eine korrekte Mengenermittlung für Ihre Kostenberechnung oder Ausschreibung. Abschreibung